Sind wir die einzige Gewinnerin der WM auf deutscher Seite? Nein, wir sind alle Gewinner. Also ich finde, das ist genau die WM, die wir uns vorgestellt haben. 16 Mannschaften nehmen an einer WM teil und deswegen gebührt auch allen 16 ein tolles Publikum. Deswegen sind wir alle Gewinner und ja, also ich gehöre auch dazu und bin stolz. Mit dem Frauenfußball geht es aufwärts in Deutschland, trotz der Niederlage? Die wird nicht entscheidend sein. Wir haben ein Spiel verloren, wir haben aber eine tolle Vorbereitung gehabt, wir haben eine tolle WM. Also ich glaube, dass das uns nicht daran hindern wird, erfolgreich weiterzuarbeiten.